Das ist voll so epic und so... Das ist voll tight, weißt du? Superman! Guck mal, die kann boxen! Boxen! Boxen, Leute! Was ist Boxen oder was der Gramsene? Wo ist Baum? Wie komm ich denn da jetzt hoch? Hallo? Ach, guck mal! Die hat ja ihre epic Stimme auf Doom, die kann ja bestimmt Schalter umlegen. Das war so klar. Wie geil! So eine schreckliche Stimme, das wird sogar Schalter umgelegt werden, man. Das ist nämlich voll die böse Stimme. Echt mal, Alter. Du musst noch zu dem anderen Haus, da hinten. Ich geh erstmal hier weiter. Aber dann muss ich nachher so viel mehr zurücklaufen. Okay, dann geh ich jetzt, dann geh ich jetzt. Ich mach ja schon, hör auf zu labern, ey! Idle! Was? Ich hol gleich Idle. Kannst du Idle oder was, ey? Kennst du auch Idle? Ja, Mann, kenn ich Idle, ey! Ja, Mann! Oh, komm her! Wallah, bist Freund, ey! Bist du Idle, bist du Freund von Idle, bist du Freund von mir, weißt du? Scheiße, jetzt die Katze mal geholt. Sing uns Idle das vor! Los, komm! La 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 nala! La 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 nala! Ich hab grad voll den größten Gedanken, aber das sag ich jetzt hier nicht. La 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 la. Bitte nicht. Das sagt mir nicht mehr dazu. Das weiß ich, was du meinst. La la. Das reicht ja, wenn es du erwähnst. Nein, 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 das meine ich nicht. Das meinst du gar nicht? Das meinst du gar nicht? Aber jetzt musst du kurz hinterlegen, Mann! Was meint ich gar nicht? Du bist ernsthaft? Was meint ich gar nicht? Du bist ernsthaft? Was meint ich gar nicht? Das meinte ich ernsthaft diesmal gar nicht. Was schreibst du mir? Dann bist du nachher auf dem Blatt Papier und sagst es mir oder so. Keine Ahnung. Was meintest du? Das sage ich nicht, weil das böse ist und dann bin ich ganz viel gehasst. Ging es um eine Person, die eine Person hat? Die schrecklich singt. Achso! Da gibt's ja mehrere, da gibt's... Oh mein Gott, ich hab angegriffen! Du weißt welche, ich meine. Na klar. Aber ich hab dir noch eine andere geschickt, die auch schrecklich singt. Ja, aber die erste. Die erste, ja klar. Ahaha! Was ist das denn? Ach, ein Scheiter! Was ist das denn nicht? Hey! Ah! Alter, was denn? Alter, wie verzweigt diese Kacke hier ist. Das ist voll ein mieses Rollenspiel, weißt du? Das ist viel schrecklicher als Amnesia. Auf jeden Fall. Da ist eindeutig viel zu viel Pink drin. Meinst du, das ändert was, wenn ich dein Bildschirm schwarz anmale? Für dich vielleicht ja, für mich nein. Wenn ich zu dir eben renne und dein Bildschirm schwarz anmale. Na, komm her. Ich bin schon mal da. Ja, weiß nicht. Du musst auch nicht so weit weg von hier. Das ist der falsche Weg. Du lehüchst. Schweignerin! Geh welche waschen, kochen und mir ein Bier aufmachen. Was für ein Kack, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Folge mich. Du musst das aber für mich spielen, weil sonst hast du mich gar nicht lieb. Ich glaub, wenn's weiter so geht, hab ich dich lieber nicht mehr lieb, als diese Scheiß noch zu spielen, ey. Das ist böse. Nein, das ist voll lieb. Zu mir. Du willst bisher nur leidend sehen. Hab ich schon gemacht, okay. Hast du den Schalter oben schon betätigt? Ja, ja. La 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 la. Echt? Sicher? Ja, hab ich. Jetzt will das sehen. Hast du mich gar nicht, denn den da oben liegt, auf der Balken. Ach, den? Ja, klar. Ja, diese schöne monotone Musik, die immer das gleiche macht. Die schlimmer ist, als bei der This is the only level. Da oben die Level, älter. So ne fantastische Musik, ey. Oh, jetzt komm ich nicht mehr raus, oder? Steh mir mal vor. Ich würde mich hier ein und komm nicht mehr raus. Das wär's ja. Ah, wär voll witzig, Mann. Das wär wohl scheiße, weil... Das wär doch... Weil mein Craft kannst du wenigstens neue Steine hinlegen. Das stimmt. Hoppala, wird ausgeschnitten. Was geht das, Darnis? Ach, komm. Da muss ich gehen, da muss ich gehen, da muss ich gehen. Und die Läuse sammeln. Die Läuse? Mhm. Ich sammle Läuse, klar. Und nissen. Und zack mich jetzt wieder. Ah! Oh, Top Heimen! Oh, ich hab's gewusst. Hier ist ein vollzykletopptweg, weißt du? Versuch, Top secret. Oder auch nicht. Volltopf secret. Mhm. Topf secret. Stirb. Lingle. Okay, eins fehlt noch. Oh, nee, oder? Unten? Im Haus. Du lügst. Da warst du noch bei uns drin. Na klar, siehst du doch. Bin ich jetzt gleich drin. Oh Gott, nee, ey. Zack, 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 zack. Ja, ich hab's geschafft. F1, rote Starter. Ihr habt den königlichen Garten wieder vollständig in Ordnung gebracht. Jut gemacht. Oh, wie laut, ey! Bei mir ist das überhaupt nicht so laut. Was? Ich muss das speichern. Weiße Katze, braune Katze, braune Barbie, alter Mann. Okay. Weiterspiel mit A-Knopf. Oh, ist das langweilig, ey. Jut, da ist er ja in den Bäumen. Oh, Entgegner-Time! Oh nein, ist denn wieder diese beiden Männer? Ich geh mal nachsehen. Singen Sie vom Baum. Die Musik dramatisch! Oh! Hallo, ich weiß ja auch mal. Wie langsam die sind. Das ist schon auch schwer, man! Das ist normal nicht schwer. Ja, es gibt auch einen Überschwermod. Wie langweilig ist das denn? Ich wette im Überschwermod ist alles okay. Ja, auf jeden! Ich bin! Mann, das ist manchmal für Kinder interessant, ey! Das ist meine Schwester, bei der der Spiel Scheiße finden! Und die steht auf Barbie! Oh, war das jetzt ein harter Bossfight, ey! Cool! Das war der epischste Ton im ganzen Lied. Na, auf jeden, ey. Sieh mal, sie haben ein Stück einer Karte verloren. Drücke sie weg, um die Karte anzusehen. Ja, Mann. Was? Nein, bitte. Nicht ehrlich, oder? Es geht noch weiter. Ich hoffe, das Spiel wäre jetzt zu Ende. Sie führt in den Wald! Da müssen sie langgegangen sein! Aha! Warte. Opala, wird ausgeschnitten. Oh, ist das kräftig, 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 deftig, mäftig, Alter. Das könnte man auch rassistisch verstehen. Kräftig, deftig, mäftig, kräftig? Nein, was ich dir grad geschrieben hab, mit dem, also das Passwort. Ah, okay. Sieht man leider nicht. Sieh mal, der Holzfülle und seine Frau! Prämina hat die ganzen Tiere verscheucht. Ach, der redet ja genauso. Ne, ist ein anderer. Prämina hat die ganzen Tiere verscheucht. Hilft ihr mir, die verloren gegangenen Eier zu suchen? Immer dasselbe, Mann! Sie sind fast fertig ausgebrütet. Serafina und ich machen das! Serafina, du kannst die Eier mit deinen Pfoten fangen! Die Eier. So, ich glaub, jetzt reicht's erstmal. Mhm. Das spiegelt mir voll an die Substanz, das ist mir viel zu krass. Das ist voll bösartig. Ohne ist Scheiß, Leute. Wenn ihr wirklich schwache Nerven habt, tockt es nicht. Das bringt dich um den Verstand. Das ist schlimmer als auch. Und dann, aber ich tock das noch durch. Und jedes Mal mit Gastkommentern. Ah, du bist immer dabei. Also dann, wir sehen uns irgendwann wieder. Tschüss, Leute! Tschüssi! Und bis gleich, gleich, koi koi! Aha.